Das Schönste an der Heuernte bei Oma Frederike war, wenn es endlich hieß Feierabend. Feierabend wie das Duft, kräftig, deftig, würzig, gut. Pommersche aus dem Buchenlauch, Naturgewürz und das schmeckt man auch. Pommersche aus dem Buchenlauch, ich auf den Tisch, so ist der Baum. Und noch heute wird sie über Pommernbuche geräuchert. Pommersche, die Leberwurst aus dem Hause Rügenwalder. Pallenait der Leberwurst aus dem Buchenwalder. Muizen